So, ein herzliches Willkommen von den Motorsportfreunden Olching. Das Wetter hat es doch noch geschafft, uns ein paar Sonnenstrahlen zu können. Auf jeden Fall auch ein herzliches Grüß Gott an den ersten Bürgermeister, den Herrn Mack. Liebe Motorsportfreunde, liebe Oldtimerfreunde, ein herzliches Willkommen auch im Namen der Stadt Olching. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung zum zweiten Mal hier auf Volksfestplatz durchgeführt wird. Ich möchte mich bedanken, weil eine solche Veranstaltung bedeutet nämlich unglaublich viel Arbeit und Engagement. Und das Ganze natürlich ehrenamtlich, nur für die Sache. Also ganz herzliches Dankeschön an dich und deine gesamte Mannschaft, an die Motorsportfreunde, alle, die das organisiert haben, damit wir heute hier so einen wunderbaren Tag erleben. So, genug gequatscht. Wir wollen die erste Fahrzeugpräsentation starten. Wir wollen die追oking, einen behavi Donc in parametre Seconde, die zweite Fahrzeugpräsentation starten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Riesen Dankeschön an die Vorstandschaft und an alle Funktionäre der Motorsportfreunde, die mit mir das Ganze hier durchziehen und das überhaupt erst ermöglichen.